Er schwingt an Speer und ist Herr der Wölfe. Oh, kommt jetzt Bolverick? Sein einziger Sorge besitzt Wissen und Hass. Er bringt Unglück. Kapitel 9, Artikel 6. Oh, ich hoffe, er kommt jetzt. Auf seinen Kampf bin ich gespannt. Bitte komm her. Bolverick. Mit seinen zwei Wölfen. Darauf bin ich sehr gespannt. Was ist denn das? Hä? Was? Ach. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben die Harnike verpasst. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, was ist das? Kennen wir die schon? So. Die, 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 die. La, 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 la. So. Und noch mehr. Holy shit. Die, 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 die. Die, 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 die. Das ist aber Eindruck nicht. So. Ich liebe die Pistole so sehr. Da hab ich keine Chance. Und ein paar von Türen. Soll ich hab' mir unendlich gut gehen. Alles nur frei. Nur das Beste. Nice. Schön schön. So. Das war Sekretraum Nummer 7. Ja, wie gesagt, ihr habt das Gefühl, wir haben da einige verpasst. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie das hier gezählt wird. Hm. Die, 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 die. Okay, was ist das denn hier? Wo zum Teufel sind wir hier? Ja, was ist das denn? Ach, die kommen wieder. Hat mich lange nicht mehr. Nice. Hm. Die, 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 die. Okay, aber... Auf diese Schildpropeller... Ach, hm. Ist letztend. Da kommen aber keine, okay. Hm. Totlich. Oh. Ui. Ne, 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 ne. Hm. So. Stimmt, das kann er ja auch. Kann vergessen. So. Tschüss. Hm. Gut. Was im Teufel ist das denn hier? Oh, da kriege ich Augenkrebs. Bloß weg hier. I geht. Was ist das denn hier für ein scheiß Ort? Äh. Hm. Oh, das geht noch weiter. Na toll. Die Fliesenhölle. Nein. No. Okay, was jetzt? Durchspringen? Hä? Oh, die. Ne, ich glaube, wir sind auch wieder neue. Eine neue Version. So, gehen wir runter hier. Tschüss. Ja. 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 So. Und. Weiter hier. Gut. So, gehen runter. Gut. Sehr schön. Ach, noch einer. Geh, da runter. Gut. So. Tschüss. Nice. Was? Die verschwinden? No. Okay, gut zu wissen. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist nix. Okay. Hier ist was. Dankeschön. Was ist da oben? Da ist nix. Okay. Gut, das hätten wir. So. Das Nächste. Dankeschön. Nochmal das Nächste. Nice. Okay. Ich will immer gerne wissen, was denn das hier für eine Ruine ist. Ach, die Story hier. Wie leid ich das so schwach erzählt. Das wäre eigentlich sehr interessant. Das würde mich sogar eher interessieren. So. Hm, aber naja. Okay. Matt. Der Monokoros. Die schon wieder. Die Knauze hier. Was war das? Wollte der mich hochheben? Die Knauze hier. Die Knauze hier. So, das machst du mir. Geh mal kurz runter. Dankeschön. Die Knauze hier. Hat das Nights runtergekotzt. Okay, jetzt noch mehr. Die Knauze hier. Die Knauze hier. Die Knauze hier. Die Knauze hier. Die Knauze hier noch was versteckt. Ja, das ist nicht so. Okay. Geh mal wieder nach oben. Wir haben da. Okay, es wird jetzt Spaß hier mit Dantes Sprungkünsten. Dantes Sprungkünste darf ich präsentieren. Springt überall da hin, nur nicht da, wo er soll. Aber wenn sie mich verarschen, Dante, lass den Scheiß. Dankeschön. Oh Mann. Das wird ein Spaß. Okay, das kann dauern. Ach, dankeschön. Wir haben es geschafft. Dante hat es geschafft mit seinen Sprungkünsten. So. Schön. Geh mal her, wir brauchen 30.000. 30.000. Nice. So. Warte. Oh shit. Was ist denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Damage Golem schon wieder? Okay. Dann gehen wir schnell raus. Stimmt jetzt da noch einer? Das war mir klar. So. Schön weghauen hier. Okay. Wir sind entkommen. Schön. Was ist das denn für ein Raum? Oh shit. Wie soll das gehen? Das wird dann Spaß. Okay. Hä? Bin ich tot? No. Nett. Okay. Schnell da hin. Es klappt nicht. Shit. Ähm. Kann ich da hoch? Nee. Was willst du? Hä? Moment. Hm. Oh shit. Oh shit. Ich hab ein Platt gedrückt. Nicht. Hm. Was gibt's denn hier? Hm. Okay. Soll ich mich treffen lassen? Oder was ist das hier? Was soll ich denn tun? Ich muss sowas tun. Ich lass mich mal treffen. Okay. Jetzt macht mir nur Schaden. Aber was willst du dann hier? Hm. Was soll ich denn da? Was soll ich denn tun? Hm. Okay. Das verstehe ich gerade nicht. Hm. Ich erkenne da irgendwie nix. Hm. Kann ich mir was kaputt machen. Hier ist nix. Was willst du hier? Hm. 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 Okay. Okay. Das verstehe ich nicht. Hä? Ich muss mich vielleicht wieder raus. Hm. Hm. Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Das verstehe ich gerade echt nicht. Was willst du denn hier? Na, das macht echt nur Schaden. Okay. Hä? Hä? Wett. Sauge. Okay. Was soll das bedeuten? Hä? Äh, was willst du hier spiel? Moment. Hm, Kettenbewerfer vielleicht. Kannst du nicht ausrüsten. Achso, Equip, ups. So. Jetzt warte einmal, wenn es runterfällt. Na los. Und jetzt. Böse bitte treffen. Böse es nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was man hier tun muss. Hm. Okay, nur zwei Sachen brennen. Muss ich das vielleicht dann machen? Aber wie? Was ist hier? Ach, ich muss nur genug angreifen. Ja, leck mich doch. Okay, das war der Trick. Einfach die Tür genug verprügeln. Na schön. Toll. Hm. Was haben wir denn da? Okay. Das ist ja ein Schieberätsel. Nicht. Hm. Okay. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Zeichen? Was steht denn da? Hm. Ach ja, Dante-Spunkt-Künste. Immer wieder toll. So. Okay. Hm. Dann. Hier hoch. Okay. Das wird ein Spass. Ja, toll, Dante. Okay. Ich hasse seine Sprungkünste so sehr. Vor allem bei sowas hier. Jump'n'Run Shit. Mit Dante. Was für ein Scheiß. Komm, ich geh direkt hier hin. Nein. Nein. Puh. Mist. Okay, das war jetzt mein Fehler. Da bin ich jetzt fast gesprungen, aber trotzdem. Dante springt zehnmal falsch. Während ich nur einmal falsch springe. So. Hm. Aha. Haben wir das enthalten geschafft? Oh, was haben wir hier? Oh, das wirkt nice. Moment. Sub-Machine-Guns. Machine-Personal mit hoher Präsenz. Oh, wie sieht das aus? Ja, geil. Mehr Ballon. Wie geil ist das denn? Holy shit. Okay, das gefällt mir. Okay, die verschwinden dann. Die werden nicht lustig machen, die verschwinden. Okay, gut zu wissen. Wollte ich mal testen. Jetzt müssen wir da hin, okay. Schädig hat sich wagen sollen. Verdammt. Gut, dann halt den langen Weg. Ach. Mist. Hätt ich jetzt mal nicht ins Gehört. So. Di, 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 di. So. Jetzt soll mal warten. Di, 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 di. Und jetzt. Nice. So. Und. Okay. Och, Mann, Dante. Ich drehe langsam durch. Okay, ich muss sagen, das ist eine Sache, wo ich mich schon freue, wenn die Reihe mal vorbei ist. Dante, Spunkkünste. Di, boah, Dante regt mich nicht auf hier. Geht's da hoch. Boah. Seid doch nicht so scheiße. Meine Fresse. So. Da muss ich mich nicht mehr damit umschlagen. Wenn wir's durchgespielt haben. Verdammter Mist. Okay, das wird ein toller Jump'n'Run-Action mit Dante. Und so ein Sprungkünsten. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. So. Und noch einmal. Und jetzt hier bitte. Gut. So. Schön warten. So. Was? Okay, Dante, du bist echt scheiße. Du bist der schlechteste Springer, den ich je gesehen habe. Bei allen Videospielen. Das ist jetzt offiziell. Du hast einen Weltrekord. Ach, Mann. Ich werde jetzt mich verarschen. Okay, ich stelle hier gleich jemanden ein. Der für mich diesen Scheiß übernimmt. So. Ich habe darauf keine Geduld mehr. Ich werde es schon zweimal schaffen können. Aber Dante, vermassle es jedes Mal. Zieht das Let's Play in die Länge. Ist ja toll. Weil sie werden schon zu Bolverick gehen können. Einen epischen Kampf liefern mit ihm. Worauf schon die ganze Welt wartet. Aber er wird das noch bis zum letzten Moment hinaus zögern. Okay. Ab hier mache ich jetzt eine besondere Stille. Das wird toll. Bis gleich. Sobald wir es geschafft haben. Nase juckt. Und jetzt hier nur Einsprung. Oder so. Ach, dankeschön. Okay. Wird doch keine besondere Stille. Und jetzt hier nur eine Stille. Ach, sag doch, komm schon. Ach, endlich. Was haben wir hier? Irgendwas Unwichtiges. Jetzt können wir nach oben gehen. Nein, wir hätten das gar nicht tun müssen. Ich bin aufh. Schwung. Tschürging. Vielen Dank.